Herzlich Willkommen zu unserem EM-Finale 2016, und zwar zur Partie Deutschland gegen Spanien. Das Motto dieser EM heißt, dabei sein ist alles. Deutschland hat Anstoß. Iniesta zu Morata und Morata schießt und fasst das Tor. Deutschland kommt nun besser ins Spiel. Okay, nun Kurs, Kurs zu Götze und... und Tor! Wieder, wieder Kurs zu Hummels und Tor! Deutschland gewinnt mit einem 2-0 gegen Spanien und ist damit Europameister. WDR 2020 Vielen Dank.